Leute, wir haben brandneue Informationen zu den One Piece TCG Reprints slash Restocks. Die Informationen sind von unseren Quellen in Japan und werden in den kommenden Wochen den One Piece TCG Markt beeinflussen. Alle, die am One Piece TCG oder an Investments interessiert sind, sollten jetzt nicht abschalten. Bevor wir zum Eingemachten kommen, abonniert uns doch gerne und schaltet die Glocke ein, damit ihr brandneue TCG News in der Zukunft nicht verpasst. In unserem letzten Video haben wir darüber berichtet, dass ein Mitarbeiter von Bandai Reprints von Previous Boosters vom One Piece TCG angekündigt hat. Schaut euch auch gerne mal das Video von vergangener Woche an, um ein komplettes Bild zu bekommen. Mehr als die Ankündigung von Previous Boosters ist uns bis jetzt noch nicht bekannt gewesen. Aus dem Kontext konnte man aber erschließen, dass es sich um englische Booster von One Piece handelt, die an Reprinte halten werden. Wie sich der Reprint optisch äußert und welche Sets reprintet werden, ist auch noch nicht bekannt. Wie die meisten von euch wissen, haben wir mit Phantasia Cards einen eigenen Online-Shop und verkaufen auch sehr viel One Piece japanische Produkte. Diese sind sehr beliebt und noch wesentlich günstiger als die englischen zur derzeitigen Marktsituation. Wir importieren in immer größerer Menge unsere Ware aus Japan, China und Hongkong. Nun hat uns einer unserer Lieferanten in Japan eine Information mitgeteilt, die wir euch unbedingt weitergeben möchten. Diese Information wurde auch von anderen Quellen bestätigt, sodass ich ziemlich sicher bin, dass sie stimmt. Natürlich kann ich nicht zu 100% sagen, ob es stimmt, da ich es nicht selber mit meinen eigenen Augen gesehen habe, aber dadurch, dass die Quellen verifiziert sind, würde ich sagen, es sind schon 90% plus. Falls ihr jetzt nicht wisst, die japanischen und englischen One Piece Produkte werden alle in Japan gedruckt. Ihr habt sicherlich gemerkt, dass bis dato immer mehr Wellen von japanischen Boostern auf den Markt gekommen sind. Von OP01 bis OP06 sind wir bei uns aktuell noch bei sehr günstigen Preisen, da eben auch nicht aufgehört wurde zu drucken. Leider haben wir keine genauen Zahlen, aber in ganz Asien werden japanische One Piece Produkte geöffnet und nicht englische. Das heißt, bisher wurde der asiatische Markt einfach mehr bedient als der englische. Möglicherweise, weil sich die japanischen tatsächlich dann auch mehr verkaufen als die englischen Booster. Sonst hätte man es ja auch andersherum machen können. Aber das ist reine Spekulation, zurück zur Aussage unserer Quelle. Und zwar genau genau gibt es zwei sehr große Neuigkeiten. News Nummer 1. Unser Kontakt teilte uns mit, dass in Japan die Produktion für die Restox der japanischen Booster eingestellt wurde. Was bedeutet das für den Preis der japanischen Produkte und gewisser Karten? Ich selbst denke, dass aktuell noch einer der besten Zeitpunkte ist, um in japanische Displays zu investieren. Wir haben hier aktuell wirklich noch sehr gute Preise bei allen Displays. Von OP01 bis OP06 kann man hier aktuell noch sehr gut zuschlagen. Und wir gehen auch stark davon aus, dass bei den beliebtesten Set OP05 als auch den zwei ältesten Sets OP01 und OP02 die Preise in den kommenden Wochen sogar schon gut steigen werden. Denn wir merken auch im Einkauf, dass die Preise für gewisse Sets am steigen sind. Teilweise können manche Sets wie OP02 nicht mehr gut besorgt werden. Und nun wird es ein paar Tage und Wochen dauern, bis das hier in Deutschland, Europa bzw. dem gesamten westlichen Markt bemerkt wird. Dennoch, für die vorhandene Nachfrage ist noch genug auf dem Markt. Wenn allerdings die Preise in Asien im Einkauf hochgehen und dort nun auch in der Produktion aktuell nichts oder weniger nachkommt, dann könnt ihr euch sicherlich vorstellen, dass bei uns das Angebot sinken wird und die Preise hochgehen werden. Eines ist sicher, die meisten gehen eben dann nicht rein, wenn es Sinn macht, also genau jetzt, wo die Preise noch gut sind. Sondern die japanischen Displays sind dann demnächst auf einmal 10-15€ teurer und dann wird die FOMO kicken, dass man doch etwas verpasst hat. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir in ein paar Wochen schon japanische OP05 vielleicht auch 01 oder 02 Displays bei 100€ sehen werden. Und nun zur News Nummer 2. Unser Kontakt erwähnte eben auch, dass diese Kapazitäten aktuell freigemacht werden für den Reprint-Slash-Restocks der englischen Booster. Also ein weiterer Hinweis darauf, dass wir in der Zukunft nochmal Booster von Sets wie OP05 und anderen nochmal erhalten werden. Ich denke mal, dass diese Neuigkeit die meisten freuen wird. Denn aktuell ist es weiterhin so, dass viele Sets nicht mehr erschwinglich sind, obwohl die Sets noch sehr frisch auf dem Markt sind. Vor allem für Spieler und Sammler ist das keine gute Erfahrung. Mehr wissen wir allerdings noch nicht. Wir wissen, dass die angekündigten Prints derzeit stattfinden und wissen aber nicht, um welche Sets es sich derzeit handelt. Außerdem kann es auch gut sein, dass wir kein Reprint-Symbol erhalten werden auf neuen Sets wie OP05, 04 oder 03. Denn diese sind wirklich noch sehr frisch auf dem Markt. Also wie wird diese News jetzt den TCG-Markt beeinflussen? Ich denke mal vorerst kaum bis gar nicht, bis weitere Neuigkeiten auf den Markt kommen, die es für alle Verbraucher ersichtlich machen, dass vergangene Sets wieder auf dem Markt sind. Höchstwahrscheinlich werden für Händler wie uns vom einen auf den anderen Tag die Sets wieder zu bestellen sein. Oder Bandai macht einfach eine Ankündigung. So oder so, es bleibt spannend. Sobald es dann aber konkret wird, könnten einige Preise erstmal fallen. Die Frage, wie sehr die Preise fallen, hängt dann natürlich von der Menge ab, die gedruckt wird. Und ob die Produkte wie erwähnt Reprint-Symbole oder ähnliches enthalten werden. Ich persönlich denke, dass hier am besten eine gesunde Menge produziert werden sollte. Was meine ich damit? Wir sind uns bestimmt alle einig, dass aktuell das Angebot nicht mehr der Nachfrage hinterherkommt. Bandai erhält von ihren Distributoren und der Community täglich immens viele Anfragen, mehr Ware zu produzieren. Der Nachfrage möchte Bandai sicherlich nachkommen. Aber es wäre fatal, eine riesengroße Menge zu printen, wie es von einigen gefordert wird. Denn würde Bandai das machen und werden teilweise die alten Sets wieder in Lagern und Läden liegen und diese werden für Sale-Preise im Angebot verkauft, dann wäre das für alle Interessierten ungünstig. Sowohl für Spieler, Sammler als auch Investoren. Denn wenn der Markt nicht mehr an den Wert der Karten glaubt und die Begierde an One Piece TCG verschwindet, dann könnte das langfristig wirklich dem TCG schaden. Wir sind uns sicherlich auch einig, dass die Preise der One Piece Displays aktuell viel zu hoch sind. Teilweise wird OP08 schon für 150 bis 200 Euro verkauft. Das ist langfristig keine gesunde Entwicklung. Wenn Bandai es schafft, für die kommenden Sets die Preise zu normalisieren und für die vergangenen Sets ein bisschen nachzudrucken, dann wäre das wahrscheinlich eine sehr gute Lösung. Die Frage ist natürlich auch, ob Bandai aktuell genug Kapazitäten hat, ältere Sets in einer größeren Menge wieder zu drucken. Dadurch, dass Bandai nun auch das neue Dragon Ball Fusion World und im Oktober Union Arena herausbringt, wird es eher noch schwieriger. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Zum Schluss noch zwei Themen in eigener Sache. Und zwar wollen wir uns herzlich für 5000 Abonnenten auf YouTube bedanken. Wir haben unser erstes Video von nicht einmal einem Jahr hochgeladen und seitdem ist so vieles passiert. 2023 war eine sehr wilde Fahrt und wir haben unglaublich viele neue, nette und interessante Menschen kennenlernen dürfen. 5000 Abonnenten hätten wir uns in der kurzen Zeit im Leben nicht vorstellen können. Deswegen vielen lieben Dank. Natürlich haben wir ein saftiges Giveaway für euch und zwar dreimal die Devil Fruit Collection. Es wird drei Gewinner geben, also jeweils eine Devil Fruit und einen Gewinner. Alles was ihr tun müsst, um teilzunehmen, ist unserem Instagram Account zu folgen, diesen Beitrag zu liken und mit der Erwähnung von zwei Freunden zu kommentieren und den Beitrag in der Story zu teilen. Die Teilnahme geht bis zum 18. Februar. Wir wissen, dass es ein bisschen komisch ist, dass wir das Giveaway auf Instagram und nicht auf YouTube veranstalten. Aber Instagram ist für uns eine sehr wichtige Plattform, um besser mit der Community sich austauschen zu können und News zu veröffentlichen. Es wird sicherlich auch bald das eine oder andere YouTube Giveaway geben. Die zweite Ankündigung in eigener Sache, ihr könnt uns am Samstag, den 17. Februar in Hamburg treffen. Wir sind gemeinsam mit Boxes, Hennas und PokeMotion von 13 bis 18 Uhr im Teabuck Center. Dort wird sich die Community austauschen, ihr könnt auch Karten tauschen und Boxes und ich werden sicherlich auch einiges an Ware mitbringen. Bei Phantasia Cards könnt ihr dann japanische One Piece, Pokémon oder Union Arena Sets erwerben. Wir müssen mal schauen, aber wahrscheinlich werden wir an dem Tag nur Bargeld annehmen, deswegen bringt auf jeden Fall Bargeld mit und keine Karten oder ähnliches. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, einige von euch am 17. Februar zu treffen und sich mal auszutauschen. Für das Event gibt es ein Ticket, welches via Eventbrite für 3 Euro zu erwerben ist. Das ist nur dafür da, die Unkosten zu tragen und wir selbst verdienen damit auch nichts. Also wenn ihr dabei sein wollt, schnappt euch schnell ein Ticket, den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Soweit für heute, macht's gut!